Neeeein! Unser schönes Schaf! Natürlich! Weißt du, ich... Dieses Explosionsgeräusch, wenn ich jetzt einfach da drüben höre, ey da da da... Ist einfach nicht schön! Boom! The Final MC fell out the world! Ja, das ist immer spaßig! Oh mein Gott! Äh, Sekunde mal kurz, ich bin gleich wieder da! Okay... So, komm, vorreck! Nein, nicht ich! Brauchst du Hilfe! Nee, geht, geht! Sonst könnte ich dir als Skillgamer natürlich zu Hilfe eilen! Ach so, ach so, ach so! Das ist mir natürlich ja... Apropos Skillgamer, da möchte ich dir noch ein schönes Thema ansprechen! Jetzt kommt's! Was findet ihr eigentlich? Sollte ein Let's Player gut in den Spielen sein? Nein, das soll grad Spaß haben und er sollts gut kommentieren! Heißt, er sollte natürlich nicht komplett absacken, deshalb... Das ist doch das lustige! Gronkh macht das auch in jedem Spiel! 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 Ja, aber Gronkh sollte vielleicht nicht Battlefield 3 oder sowas spielen! Ach, Gronkh stinkt nach Magie, oder? Ja, ne, ganz ehrlich, der Typ, der hat viel zu viele Abonnenten in seiner Arbeit! Ich meine, okay, der steckt fast sehr viel Arbeit rein und hat noch sehr hohe Qualität! Aber Leute wie Pete Smith zum Beispiel... Ich meine, guck, die wachsen ja auch ohne Ende! Aber Leute wie Pete Smith hätten irgendwie 700.000, aber Leute von denen... Naja, die haben ja auch schon 250.000 oder was haben sie... Oder die haben jetzt schon ich? Wir haben mittlerweile fast 300.000 und haben glaube ich 300.000, ich kann kurz nicht nachkommen! Echt? Alter, man muss sich das mal bildlich vorstellen! 293.000 Leute haben Pete Smith abonniert! 293, warte! Das ist dreimal meine Stadt! Das ist fünfmal meine Stadt! Moine Stadt! Moine! Okay, das ist anderthalbmal meine Stadt! Ungefähr! Lahn! Und übrigens unsere Lavakonstruktion habe ich jetzt mal weggemacht! Wieso spawnen da Monster direkt neben der Fackel? Ich raff's nicht! Ist doch mal logisch! Die Tür ist offen! Die mögen das bei heil im Licht zu spawnen! Ja, komm her, komm her! Trau dich! Jetzt aufs Maul! Na toll! Ich nenne dich einfach mal Max! Hast du grad bei uns also in die Monsterzone gegangen... ...gegangen bist... Creeper incoming! Was hab ich gemacht? Ach, das ist jetzt egal! WTF?! Wen meinte ich? Alter! Alter, von unten sieht das ganze Gebilde aus... ...passt aus wie ein Hakenholz! Alter Arnus! So warte mal, ich habe jetzt gerade noch eine Idee, wie wir das vielleicht nochmal... ...also wie wir das versuchen könnten... ...unser Portal zum Brennen zu bekommen! Haarportale werden voll über... ...bewertet! Ja! Nein, nein! Weg, 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 weg! Zehn Jahre später! Jetzt hätte ich vielleicht ein Schwert nehmen sollen und nicht so ein... ...ne Spitzhack, oder? Komm! Komm, 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 komm! Warum kommen die nicht? So! Komm, jetzt bitte brenn einfach! Ich glaub das wird nichts mehr! Mehr will ich doch gar nicht! Nur brenn! Hey, ich hab schon... ...die Hälfte von Level... ...Null geschafft! Ich war vorher mal Level 2! Kein Enderman, oder? Du, da ist schon rewig da hinten hin! Dann, warum, warum setzt ihr euch andauert in Creative Mode? Ja, weil ich sonst nicht hochkomme! Kriegst du keinen mehr hoch? Genau! Ah, du kriegst du im Creative Mode dann hoch, oder was? Richtig! Weil ich dann immer so kreative Bilder im Kopf hab! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Näheres wollen wir, glaub ich, nicht wissen! Ne, ich stell mir jetzt mal lustig wie... ...so kreative Bilder! Oh! Das war echt grade passend! So, viel zu weit! So! Zweite Insel ist auch erst mal erreicht! Ey, wie viel hab... Wie viel, wie viel Zeug hier grade wächst, ey! Das ist auch krass! Bei euch wächst was? Ja! Bei uns wächst gar nichts! Doch, Schimmel! Bei uns spawnen nur Monster, wo Fackeln sind, und da wo's hell ist, wachsen aber keine Bäume! Ich bin auch so ein Horst, ich hab nen Knochen, weißt, und irgendwie benutze ich den nicht! Super! Hier, warte mal! Soll ich einfach jetzt mal ne? Komm, ich mach mal die Melonenpflanzen, dass die gleich mal Melonen ernten können! Dein scheiß Server! Ah ne, jetzt geht's! Und als nächstes würde ich dann machen, dass wir das für den Baum da, weil, da können wir, weil der, guck mal! Der Baum hier, der dürfte eigentlich da nicht, wenn der wachsen würde, direkt eigentlich da irgendwie drankommen! Oder? Ja, müsste eigentlich! Oder wollen wir den Baum hier pflanzen, wo ich jetzt stehe? Ja, das ist glaub ich auch ne gute Idee! Ich glaub besser! Komm, machen wir das mal lieber, weil irgendwie, ich glaub das wird heute nichts! Oder pflanzt ihn, pflanzt ihn doch direkt hier! Hacke zerfetzt! Weil in den nächsten 5 Stunden wird das glaub ich nix, weil mit unserer Lava! Kann ich voll vergessen, hä! Pflanzt ihn doch, pflanzt ihn doch hier unten! Ich glaub das müsste gehen! Ja warte, ich brauche erstmal kurz, ich kam es dran ab, das... Ordnung muss sein! In meinem Leben! Boah, hab ich grad nen Schock bekommen hier! So, scheiße 4dxp! Tschüss! Leicht raus drin? Nö! Warte doch, warte, warte, schwing nicht runter! Zu spät! Ich kann ihn einfach töten, dann bleibt noch ein bisschen EP da! Naja gut, nächstes Mal! Jetzt pflanzt den Baum da unten hin! Ich find diese Wasserquelle super! Nee, dann lächst er doch gar nicht! Ja, kann man ja ausprobieren, du hast so Baumheel! Ja, aber nur 2! Echt? Ist da 4x Eis? Also ich will den einfach jetzt hier hin machen zum Beispiel! Oh, Apfel! Dann einfach mal versuchen! Ja boah! Alter! Alter! Leck mich doch am Sack, ey! Was soll denn das jetzt? Alter! Weißt du, wenn du... Wenn du ein so'n Scheißbaum machst... Alter! 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 Sag doch froh! Ist doch mehr Holz! Ach du Scheiße! Ich hab das erst gar nicht wahrgenommen! Oh mein Gott! Ein kleiner Baum! Okay, warte! Nächste Mission! Nächste Mission! Den Baum abbauen! Ich hab in der Fall extra eine Spitze in der Axt gemacht! Äh, da fällt aber wahrscheinlich einiges runter da links! Ja, egal! Jetzt hauptsache... Paar Sepplings werden wir schon bekommen, aber... Jetzt mal ganz ehrlich! Alter! Weißt du, nicht mal... Nicht mal ein einziges Blatt wächst weh... Nee, wächst in die Nähe dahin! Weißt du? Hehehe! Alter! War das... War das du für ne Genveränderung in deinem Baum? Hehehe! Tja, willst du nicht wissen, oder? W-wollen wir den schweben lassen? Ne, ne, egal, nein! Den kannst du gleich anzünden, so! Wenn da noch überall anders Blätter sind, dann... Obwohl, lass den lieber mal da, nachher wächst der zweite auch noch so hoch! Ja, und dann? Ja, dann... Arsch, dann! Hehehe! Keine Ahnung! Warte, weil... Ich musste mal kurz ein bisschen entfernen, muss ich den, dass der angewachsen kann! Sooo... Wir müssen... Haben wir gefackelt hier? Weil irgendwie ist hier glaub ich dauerhaft dunkel jetzt! Wand zu! Hehehe! So! Ich rät hier an die ganzen Copplestones, die hier klar sind, aber die immer nicht einsammeln kann! Dann würde ich sagen, klatschen wir eins nach links! Ey, wir müssen noch weiter hier abbauen! Hast du... Hast du noch ein Zepp? Ja, ich hab noch ein Zepp links! So, dann setz ich ihn einfach mal hier hin! So! Ja, warte mal! Da geht doch nur zwei! Zwei, drei! Also ich kann mich mal daran erinnern, als ich das im Singleplayer gespielt hab, ich hab mir ne Spitzhacke gemacht, also... Ja, ich hab noch ne Spitzhacke gemacht, hat dann diesen Inventory Tweaks Mod drin, heißt, wenn die Spitzhacke kaputt ist, kommt automatisch die nächste! Ja! Und ich hab mich dann, ähm, hab irgendwas Schwieres auf meine Maus gelegt! Ja! Ja! Ach so, ne? Ich bin AFK gegangen und dann hatte ich genug Robustor! Ja! Das ist so für ein Let's Play relativ langweilig, glaub ich! Ja, das war ja kein Let's Play! Ja, das war ja kein Let's Play! Ja, das war ja kein Let's Play! Muss ich das? Ja, sehr! Das reicht doch nicht! Das muss doch genau daneben sein! Warte mal, jetzt muss erst mal der Baum gleich abbrennen, oder? Das brennt jetzt mir scheißegal, ob das jetzt alles abbrennt! Hauptsache das Portal brennt mal langsam! Ich meine halt, ich meine halt, das Wichtige, was wir gleich jetzt vorhatten, ist ja, dass die Blätter brennen, weil wenn die Blätter brennen, dann brennt er das Portal, oder? Ich hab, äh, mir fällt grad mal was ein, laden wir die Parts eigentlich, also splitten wir die alle 15 Minuten an der gleichen Stelle, oder laden wir die alle drei Spielfilmlänge hoch? Nein! Spielfilmlänge, ich würde hier einfach ganz normal irgendwann cutten, ich denk, man ist eigentlich egal, wo du's cuttest, oder? Ja! Also halt ungefähr bei 15 Minuten, aber wenn's jetzt irgendwie 14 Minuten sind oder 16, ist's schon im Endeffekt egal! Fünd ich auch! Ja! Da kann jemand vielleicht noch, oder so, beim anderen vorbeischauen, vielleicht hat er mehr noch von dem Part! Ne, aber das ist ja wirklich cool von euch Zuschauer, wenn ihr uns da vielleicht ein bisschen unterstützen könntet, und dann vielleicht mal bei den anderen vorbeischauen könnt, einfach nur so aus dem Grund wegen, weil, wäre cool! Und wenn ihr genügend durchmischt, dann könnt ihr auch dauerhaftes Koppelfarmen sehen, das ist dann das spannendste! Und dann krieg ich, dann krieg ich am Ende noch, äh, hinterher wieder bis 40 Abonnenten, dann mach ich wieder so ein cooles Special, weißt du? So, kannst du mal, kannst du mal das so beobachten? Ein Bild und Musik! Da, dann machst du jetzt ernsthaft, oder? Machst du das jetzt, oder nicht? Machst du das jetzt, oder nicht? Ja, sehr, komm da jetzt Lava drauf! Oh shit! Ich schau mal rüber! Kannst du mir vielleicht das Salami, ne, verbrannter Cobblestone, danke! Danke, danke, danke! Ja, danke! Ja, danke! Danke, danke! Danke, danke! Nein, das fällt ja alles rum! Da fehlte ein Danke! Oh, das war's! Danke! Komm zu Papa! Danke! 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 Wenn ich jetzt auf der anderen Insel übrigens da zum, zum, zum Sand da hinbauen! Ja! Das können wir machen, aber hab ich grad keinen Bock drauf! Boah, ich esse so einen komischen Stollen in der Aufnahme, ich bin so professionell! Stollen? Was für ein Stollen? Die geilen Weihnachtsstollen, da! Ja, genau! Ach so, die sind die Kinder mit, ähm, Pfeife, oder? Nein! Nein! Wie hießen die denn noch? Ja, hier! Stollenhör! Ach, genau! Die finde ich auch lecker! Vor allem die Pfeifen, die sind super lecker! Alter, die sollst du nicht mitessen! Nicht? Nee! Isst du nicht gerne Thorn? Hm! So, Thron? Bei uns sind die immer aus Plastik! Ach, keine Ahnung! Apfel! Ich rede hier halt nicht von so'n blöden, über chinesischen Billig-Scheiß, weisch? Ja, du steckst doch eh alles in den Mund! Okay! Läuft! Alter, jetzt mal ganz ehrlich, leck' mir doch die Eier! Weißt du, warum? Warum was? Ja, warum brennt das nicht? Weißt du, 500 Jahre im Faustla... Nee, komm, ich... Ja, das jetzt bin ich über das Ding... Ach, guck mal, da ist ein Kirmes gewachsen! Jetzt wird's lustig! Oh, ey! Zeug, ähm... Schneefarm bauen? Schneefarm? Schneefarm! Du meinst mit... Ähm... Wie heißen die Viecher? Snow Golem! Kannst du mir den Kürbis geben? Okay, ich hab' jetzt Lava auf den Raum gesetzt, okay? Ja, unser Kürbis... Haben wir nicht auch einen? Ach, nee, haben wir nicht, stimmt! Nee, wir haben keinen! Also, wenn das jetzt nicht brennt, dann, äh... Ja... Dann find' ich's lustig! Hey, das ist einfach nur... Das ist einfach bitter! Ey, kann ich einen, äh... Kürbis haben? Kürbisfarm? Kürbis? Wir haben doch einen Kürbis! Bitte, bitte! Nee, einfach... Ihr könnt die Fam auch mit benutzen... NEIN! Ja, es brennt! Oh mein Gott! Ja, Mann! Okay, und jetzt... Warte, jetzt muss die holzeln, oder? Ja, oh mein Gott! Jetzt schaut euch den größten Fail an hier! Wahrscheinlich brennt eure Kiste ab! Ja, weil, dass es brennt, ne? Und... Ja, genau! Jetzt geht mein Framerate runter auf 5! Was ist mit dem Feuer? NEIN! Auf 5? Ich hab' immerhin auf 50 konstant! Okay, das... Das Ding brennt auch! Ah! Du hast mich angezündet! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich... Ich war... Scheiße! Okay, warte! Ich muss mir mal Zeug holen! Ah! 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 Ich brenne! Ich brenne! Oh! Nein! Die Uhr sagt, wir haben halb und... Ich hab' euch schon bewusst, dass die Lava grad eskaliert, gell? Ja! Und das Ding brennt nicht mal! Was soll das denn? Nein! Warum komm' ich nicht mehr hoch? Kann mich hier mit einer Creative Mode setzen? Ja! Das stimmt, ist das Holz! Ach, das ist brennen! Oh mein Gott, alles brennt! Ja! Slash Game Note! Oh mein Gott! Ich find... Ich find' eure... eure Holzbrühe auch sehr passend dazu! Scheiße! Jetzt komm doch, man! Brennt doch einfach! Hey Slash Game Note 1! Guck mal, da brennt... da brennt eins direkt neben dem Portal! Siehste das? Das Holz da oben, das brennt direkt neben... Warum brennt das nicht? Oh! Ich glaub' der untere Block muss brennen, kann das? Ich cheater auch mal! Komm, dann machen wir das mal so! Alter! Alter! Wer hat hier meine Koppel geklaut? Okay, ich hab grad noch die Valencee gerettet! Achja, ich würd' jetzt aber langsam mal die Aufnahme beenden übrigens, gell? Ja, jetzt ist es an! Es ist an! Es ist an! Oh mein Gott, es ist an! Warum die Aufnahme beenden? Wie spät ist es? Weil ich noch hier meinen Song... Es ist 7 Uhr 21! Ich muss halt noch meinen Song fertig bereiten! Ja, ich auch! Okay! Dann würd' ich einfach sagen... Oh mein Gott, ich brenne! Dann können wir ja sagen, wir gehen im nächsten Tag dann in den Nether! Nein, wir müssen erstmal die Lama hier wegbekommen! Ja, das geht schnell! Das ist kein Problem! Hast du noch einen Eimer irgendwie? Oh! Leck! Leck oder Leck? Ich hab dir's bewusst, dass... Da wo wir unser Wasservorrat haben, jetzt die Lama drüber ist! Nein! Alter, ihr habt echt Probleme, man! Nein, haben wir nicht! Unser Portal funktioniert doch! Ja! Ich lach nur wenn... Gut, dann würd' ich sagen, machen wir jetzt hier ne Aufnahmepause! Oh! Scheiße! Allerdings werd' ich jetzt noch kurz auf-screenen hier, die kurz die Lama wegmachen! Ich mach das gerade eh noch ne Aufnahme! Ich mach das noch kurz! Ihr könnt ja schon mal aufhören, aber... Ich möchte nur kurz die Lama... Weil, ohne wenn's jetzt so schlimm, wenn die Lama jetzt da ist! Ich verbreite! Ja! Ich werd' erstmal alle Sachen in die Küsten tun! Jo! Noch abschließende Worte von jemandem! Äh, Anus! Aha! Ich glaub' wir hatten... wir hatten Titten noch nicht, oder? Ne, Titten und Penis! Ja! Also ein Anus-Titten-Penis zum Schluss! Ja! Also zum Mitnehmen halt, oder? Ja, aber mit Mayo, ne? Ja, mit... Ah, okay! Oh mein Gott, Alter! Diese kranken Vorstellungen werden schon wieder, Alter! Das ist echt nicht mehr schön! Okay, alles klar! Ne, äh, fette Sache! Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die Aufnahme! Jo! Jo! Wir sehen uns dann morgen wieder! Weiß nicht, wenn wir das täglich hochladen können! Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder, würd ich sagen, oder? Jo! Nein! Ich bin schon wieder unterfallen! Ja, würd ich sagen, bis zum nächsten Part! Dann haut rein, euer Bein! Und, äh, tschö, oder? Tschö! 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 Bis zum nächsten Mal!